Zum aktuellen Zeitpunkt läuft wieder die Dubai Airshow. Neben der sich Jahr für Jahr abwechselnden Farnborough und Paris Airshow sicherlich mittlerweile eine der größten und auch wichtigsten Luftfahrtmessen auf der ganzen Welt. Und auch wenn wir zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch mittendrin stecken, gibt es wieder ein paar interessante Auslieferungen, ein paar interessante Punkte, Pläne für die Zukunft, Aussagen für die Zukunft, über die wir jetzt schon mal sprechen können. Und das machen wir jetzt. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. So eine Dubai Airshow machte natürlich in den vergangenen Jahrzehnten ganz fantastisch viel Sinn. Denn da war in diesem Zeitraum ja auch echt ganz ordentlich was los. Die Messe an sich gibt es seit dem Jahr 1989. Und genauso wie die Fluggesellschaften vor Ort wuchs das Ding natürlich von Jahr zu Jahr in einem ziemlich beeindruckenden Tempo. Beziehungsweise von Jahr zu Jahr ist nicht ganz richtig. Auch die Dubai Airshow findet genauso wie die Farnborough und Paris Airshow im Zweijahrestakt statt. Die großen und wichtigen Hersteller und Zulieferer kamen also logischerweise alle zwei Jahre mit einem immer größeren Flugprogramm um die Ecke, mit immer mehr Equipment um die Ecke, um ganz einfach in der sich wirtschaftlich stark und schnell entwickelnden Gegend Fuß fassen zu können. Denn auch in diesen Tagen laufen selbstverständlich wieder einige Menschen über die Messe, die verdammt viel Macht und Geld mitbringen. Das eine kommt mit dem anderen und das gilt es jetzt in vernünftige Aufträge umzuwandeln. Für uns ist das natürlich interessant, weil es mit der Dubai Airshow mittlerweile wirklich einen weiteren wichtigen großen Termin gibt, an dem es ganz einfach viel zu beobachten und viel zu staunen gibt. Seit dem Jahr 2011 findet die Messe auf dem bis heute noch nicht fertiggestellten Dubai World Central Airport statt. Da ist ganz einfach mehr Platz und den braucht man natürlich auch, denn in diesem Jahr sind mittlerweile knapp 1300 Aussteller da und die bringen 165 Flugzeuge mit und erwartet werden in diesen Tagen ganze 90.000 Besucher. Also fangen wir mal an. Die Messe wurde selbstverständlich in den letzten Jahren immer und immer wieder quasi getragen durch beeindruckende, sehr große Bestellungen der Fluggesellschaft Emirates. Die gibt es ganz nebenbei übrigens seit dem Jahr 1985, also gerade mal vier Jahre länger. Als die Dubai Airshow. Naja, auf jeden Fall. In diesem Jahr hat man das so ein bisschen bezweifelt, dass da eine riesige Bestellung von Emirates kommen wird. Denn das, was man in den letzten Jahren bei der Fluggesellschaft beobachtet hat, war ja schon so ein etwas eingestaubtes Wachstum. Und vor allem aber auch ein riesiges Wirrwarr mit Interessenbekundung und Absichtserklärung für so gefühlt jeden modernen Flugzeugtypen mit zwei Triebwerken. Der aktuelle Stand vor der Messe bei der Fluggesellschaft sah dabei folgendermaßen aus. Emirates betreibt zum aktuellen Zeitpunkt eine Flotte bestehend aus zwei Flugzeugtypen. Mehr sind das tatsächlich nicht. Dabei betreibt man aber die jeweils größte A380-Flotte der Welt und die größte Boeing 777-Flotte der Welt. Zusammen sind das jetzt gerade 269 Flugzeuge. Im Jahr 2014 hatte die Fluggesellschaft mit der Begründung, dass das Flugzeug für das bevorstehende Wachstum bei der Airline deutlich zu klein wäre, eine Bestellung über 70 Airbus A350 storniert. Kurz darauf hatte man dann 150 Boeing 777-X geordert. Das ist erstmal eine ganze Menge, logisch. Dazu gab es dann aber tatsächlich auch noch 50 weitere Optionen auf das Flugzeug, bei denen Emirates dann ziemlich schnell klar machte, dass man die auch höchstwahrscheinlich in naher Zukunft ziehen wird, sodass die Fluggesellschaft auf kurz oder lang tatsächlich mit 200 Boeing 777-X für ihre Flotte rechnet. Das klingt bis dahin ja eigentlich schon mal nach einem ziemlich klaren Kurs. Jetzt hat sich seitdem aber ein bisschen was geändert und das gibt es jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf. Emirates hat eine Großzahl A380-Bestellungen storniert. Das heißt, die Fluggesellschaft wird bis ins Jahr 2021 nur noch eine Handvoll Airbus A380 neu von Airbus übernehmen. Damit ist die arabische Fluggesellschaft mehr oder weniger tatsächlich dafür verantwortlich, dass der Bau des Airbus A380 dann auch in anderthalb Jahren beendet wird. Emirates hatte mal 162 Maschinen des Typs bestellt, ist dann jetzt 39 Maschinen runtergegangen, hat 39 offene Bestellungen storniert und steht jetzt bei 123 A380. Außerdem wurde dann ja klargemacht, dass die Fluggesellschaft von dieser zwei Flugzeugtypen-Strategie, so wie ich das eben angesprochen habe, das, was ja auf dem Papier theoretisch auf jeden Fall schon mal Sinn macht, dass man davon in naher Zukunft abweichen wird und sich jetzt aktiv nach modernen Zweistrahlern umschaut. Also definitiv nach Flugzeugen in einem kleineren Kapazitätsbereich. Dazu gab man grob bekannt, dass man den Airbus A380 eventuell schon in den nächsten 10 bis 15 Jahren komplett aus der Flotte der Fluggesellschaft streichen könnte. Ist aber erstmal bei Emirates auch nicht wirklich etwas Ungewöhnliches, denn länger als 15 Jahre möchte die Fluggesellschaft Flugzeuge sowieso nicht in der Flotte halten. Die ersten eigenen Maschinen vom Typ A380, die ersten wurden ja bereits im Jahr 2008 an Emirates ausgeliefert, stehen übrigens mittlerweile auch in Dubai schon am Boden und werden jetzt quasi als Ersatzteillager genutzt. Gleichzeitig nahm Emirates dann aber natürlich auch eine hochinteressante Machtposition ein, denn eine große Fluggesellschaft, die einen Strategiewechsel ankündigt und dafür auch wirklich viel Geld in die Hand nehmen möchte, damit das Ganze auch wirklich schnell vonstatten geht, das ist jetzt natürlich ein hochinteressanter Kunde für Airbus und Boeing. Teil des Airbus A380 Storno-Deals mit Emirates wurde dann auch tatsächlich eine Kaufabsicht. Kurzerhand über 30 Airbus A350-900 und 40 A330neo, was schon ein bisschen überraschend kam für viele, weil der A330 ist ein Flugzeug, das je nach Bestuhlung etwa 60 bis 70 Plätze weniger bietet, als eine Boeing 777-9 das tun wird. Zur gleichen Zeit lief ja jetzt aber auch noch eine Abmachung aus dem Jahr 2017, also von der letzten Dubai Airshow mit dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing, denn dort hatte Emirates ja erklärt, dass man durchaus ein Kaufinteresse an 40 Boeing 787-10 hat. Tja, und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn das ist natürlich genau die Machtposition, die ich eben meinte. Emirates steht jetzt zwischen beiden Herstellern, ist durchaus an den Flugzeugen beider Hersteller interessiert und die können sich jetzt mal schön darum streiten, wer jetzt hier das beste Angebot liefern kann. Wirklich finalisiert wurde ja keine dieser Kaufabsichten und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass in den letzten Monaten zwischen Hersteller und der Fluggesellschaft ziemlich viele interessante Gespräche gelaufen sind, die jetzt letztendlich dafür gesorgt haben, dass Emirates natürlich fantastische Listenpreise für die jeweiligen Flugzeuge angeboten bekommen hat. Der Scheich Al Maktum höchstpersönlich, unter anderem CEO von Emirates, hat jetzt nämlich in den letzten Tagen, genauer gesagt gestern und heute, diese Kaufabsichten wirklich finalisiert, hat daraus finale Kaufverträge gemacht und diese unterzeichnet. Und das fand dann erst einmal gestern bei Airbus statt. Dort hat man statt A330neo jetzt 50 A350-900 bestellt. Die neuen Flugzeuge sollen von 2023 bis 2028, also über einen Zeitraum von fünf Jahren, ausgeliefert werden. Und heute Morgen kam dann die nächste wichtige, interessante Nachricht. Und zwar hat Scheich Al Maktum heute also auch die Kaufabsicht bei Boeing finalisiert und daraus ebenfalls einen festen Kaufvertrag gemacht. Allerdings nicht für die Boeing 787-10, sondern für 30 Boeing 787-9. Gleichzeitig reduzierte man allerdings auch den offenen Auftragsbestand für die Boeing 777X von 150 Maschinen auf 126 Maschinen. Und das finde ich ganz interessant, das verdeutlicht ganz gut den Strategiewechsel bei Emirates. Und genauso wie den A350 wird Emirates die neue Boeing 787 dann auch zwischen 2023 und 2028 erhalten. Und das zeigt eben ganz hervorragend, welch mächtige Position eine so große Fluggesellschaft als Kunde gegenüber den Flugzeugherstellern einnehmen kann. Gekauft wurde am Ende des Tages natürlich beides, aber umentschieden wurde sich da in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich häufiger als wir denken. Das passiert eben alles im Hintergrund und so macht man in diesem Business eben sehr gute Deals. Sehen werden wir als potenzielle Passagiere bei Emirates in den nächsten Jahren also definitiv eine flexiblere Flotte mit mehr Flugzeugtypen. Mit der Boeing 787-9 als dann wahrscheinlich kleinsten Flugzeugtypen in der Flotte. Dann geht es weiter mit dem Airbus A350, dann kommt die 777 und dann der Airbus A380. So viel erst einmal dazu. Von den anderen großen Namen aus der Gegend, allen voran natürlich Etihad Airways aus Abu Dhabi, hört man derweil nicht gern zu viel. Die Fluggesellschaft ist mit einer Boeing 787 in Manchester City Speziallackierung in Dubai zu Gast, bremst jetzt allerdings nach ihren A350 1000 Auslieferungen, die sie ja direkt aufs Abstellgleis schieben, nach ihrer A350 und Boeing 777-X Teil-Storno jetzt auch noch ihre 787 Auslieferungen ein bisschen ein. Knapp über 70 Dreamliner sollten es bei Etihad Airways in den nächsten Jahren irgendwann mal werden. 20 Maschinen hat man davon jetzt allerdings gestrichen. Das heißt, es werden nur etwas mehr als 50. 36 hat man zum aktuellen Zeitpunkt in der Flotte. Gleichzeitig wurde dann aber auch noch bekannt gegeben, dass der 37. für Etihad Airways bestimmte Dreamliner als sogenannter Greenliner ausgeliefert wird. Das Flugzeug bekommt eine spezielle Lackierung und soll dem Flugzeughersteller, also Boeing auf der einen Seite, aber auch der Fluggesellschaft Etihad Airways auf der anderen Seite, als fliegendes Testlabor dienen. Man möchte damit ab Anfang 2020 ohne jeglichen Stress im realen Flugbetrieb mit der Möglichkeit, diese Maschine auch immer wieder aus dem realen Flugbetrieb rauszunehmen, unter anderem verschiedene Biotreibstoffe testen. Und diesen dann vor allem in verschiedenen Mengen testen, denn ein großer Nachteil von Biotreibstoffen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch, dass man ihn immer mit großen Mengen herkömmlichen Kerosin mischen muss. Dazu möchte man sich ganz einfach offen halten, mit diesem Flugzeug noch so ein bisschen rumzuprobieren. Stichwort Gewichtsreduzierung. Wie könnte man ein Passagierflugzeug noch mal leichter machen? Und dann soll es auch um das Thema Wartung gehen. Wie kann man die Maschine möglichst ökonomisch, aber auch ökologisch warten? Da können wir also gespannt sein und ganz nebenbei sieht diese Speziallackierung auch irgendwie ziemlich gut aus. Also, das wird ein ziemlich interessantes Flugzeug. Generell ist das gerade alles sehr interessant zu beobachten dort, denn man sieht eben sehr gut, dass Etihad Airways genauso wie Emirates, die befinden sich gerade voll und ganz in einem großen Strategiewechsel. Und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Aber gut, es gab natürlich noch ein paar weitere Bestellungen auf dieser Dubai Airshow. Ganz vorne mit dabei ist die Fluggesellschaft Air Arabia. Die 55-Flugzeuge-starke Airline-Gruppe bestellte jetzt nämlich bei Airbus 73 Maschinen vom Typ A320neo, 27 Maschinen vom Typ A321neo und nochmal 20 A321XLR. Das heißt, 120 neue Flugzeuge bei Airbus, was echt eine ganze Menge ist. Es ist ein riesiger Milliardenauftrag. Tatsächlich war das aber ganz einfach auch eine lang erwartete Unterschrift für die langfristige Zukunftsplanung dieser Fluggesellschaft für mehr und längere Strecken. Unter anderem sicherlich auch nach Deutschland. Dazu ist außerdem noch eine enge Partnerschaft zwischen dieser Fluggesellschaft und Etihad Airways aus Abu Dhabi geplant. Ähnlich wie das Emirates und Fly Dubai Konstrukt soll das dann aussehen. Dazu gab es jetzt in den letzten drei Tagen auf der Dubai Airshow zahlreiche kleinere Umwandlungen von Optionen bzw. Absichtserklärungen zur Festbestellung. Und dann kann vor allem noch die Dash 8 auf der Dubai Airshow zum aktuellen Zeitpunkt überraschend gut abräumen. Denn die konnte jetzt tatsächlich in den letzten drei Tagen fast 35 Festbestellungen und Absichtserklärungen von verschiedenen Kunden aus der ganzen Welt einsammeln. Und das zeigt eben auch, dass ganz simpel gesagt ein Propeller bzw. die natürlich dahinter steckende Turboprop-Technologie des mittlerweile über 35 Jahre gebauten Pratt & Whitney PW-100-Triebwerkes bzw. dieser Triebwerksreihe mit über 38 verschiedenen modernisierten Versionen der letzten Jahre, dass das durchaus auf einigen Strecken eine fantastische Berechtigung hat und sehr viel sparsamer ist als heute durch die gegenfliegende Jets. Außerdem denken die Kanadier wohl auch bereits über eine verkürzte bzw. auch nochmal verlängerte Version der Dash 8 nach. Da könnte also in nächster Zeit durchaus nochmal ein bisschen was kommen. Soviel erst einmal zu den, wie ich finde, interessanten Punkten der Dubai Airshow bis jetzt. Wie gesagt, das Ganze ist eine Messe. Das heißt, da passiert ziemlich viel in ziemlich kurzer Zeit. Mit anderen Worten, wenn ihr da wirklich immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann vertraut da auf eure Lieblings-News-Seiten bzw. schaut auch gerne auf den offiziellen Twitter-Kanälen von beispielsweise der Dubai Airshow nach. Da bekommt ihr dann immer als erstes mit, wenn es da was Neues gab. Und ganz wichtig, heute geht noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Carsten. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Du weißt, damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und was noch sehr viel wichtiger ist, Carsten hat heute Geburtstag. Das heißt, wir gratulieren dir natürlich ganz herzlich. Alles Liebe, alles Gute für dich und vielen Dank natürlich. Und dann natürlich auch noch ein großes Dankeschön an die ersten Kanalmitglieder. Ganz besonders vor allem Lea und Maximilian und der Typ, dessen Name ich mir leider nie merken kann. Der weiß aber, dass er gemeint ist. Deswegen vielen lieben Dank an euch und dann soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.